so hi leute heute gibt es mal ein kleines video über unseren a4 b5 habe ich jetzt noch drei vier wochen darauf gewartet wir haben heute beziehungsweise morgen auch mal zeit für die ganze geschichte unser a4 kriegt heute morgen sein neues fahrwerk und wir machen noch ein zwei modifikationen an der vorderachse und da wollten wir euch einfach mal mit hand teilhaben damit ihr auch mal seht was wir gemacht haben warum wir was machen alles verraten tue ich euch nicht das ist auch so ein bisschen unsere unsere erfahrung die ich jetzt ungerne hier direkt für die ganze welt breit möchte wer bock drauf hat ordentliches fahrwerk zu kriegen ordentliche einstellungen zu kriegen ordentliche achsvermessung und so weiter und so fort weil es wo uns findet beziehungsweise können wir noch mal einblenden und dann ja gucken wir jetzt einfach mal was das video bringt dieses gute gefärbt ist ein a4 b5 bako haben wir glaube ich jetzt schon seit fünf sechs jahren also es ist schon ziemlich viel dran gemacht wir haben jetzt letztes jahr ein kW v2 noch reingeschmissen und das kW fahrwerk geht es dann heute auch noch mal haben jetzt diverse fahrtests gemacht bisschen bewegt und so weiter und so fort und haben haben halt festgestellt dass die druckstufe uns noch nicht ganz gefällt sprich wenn wir wirklich mal kurze schläge haben wo das auto ein federt ist uns das fahrwerk etwas zu unsensibel und zu hart kann man nicht sagen weil hart ist das auto prinzipiell nicht aber man merkt halt ein bisschen gefahren ist und sich ein bisschen damit beschäftigt dass irgendwie die abstimmung noch nicht ganz stimmt wir waren vor drei vier wochen wieder mal bei kW zur schulung und ein paar andere sachen und haben uns dann halt auch mit kW und ein paar spätsich noch mal dort unterhalten und gemacht und muss ehrlich sagen danke nochmal an kW also egal wie oft man dort ist man lernt immer wieder was dazu man spricht dann auch über andere sachen weil man wieder andere erfahrungen gemacht hat man stellt andere fragen den leuten die war jetzt mal autonormalfahrer mit seinem fahrwerk so gar nicht mit kriegt und kW hat dann einfach gesagt du pass auf in euer auto muss eine v3 rein ich habe mir gesagt jibbi jajoh schön müssen wir aber erstmal gucken ob das auch finanziell passt mit der ganzen geschichte kW gesagt okay da können wir vielleicht noch mal drüber reden hat auch geklappt da da unsere v3 ist da liegt jetzt auch schon seit knapp vier wochen hier wie gesagt wir sind noch nicht dazu gekommen wollte noch ein bisschen wegen wetter abwarten da wir dann doch gleich wieder auf unsere sommer alus umrüsten wollen und damit wir auch wirklich sehen wie das fahrwerk funktioniert und so weiter und so fort dass das fahrwerk in dem a4 ist so gut dass wir trotz also wir fahren wegen den bremsen geschichten von hinten zeigen wir gleich noch müssen wir 18 zoll fahren wir fahren auch relativ vernünftige winterreifen 225 40 18 aber das auto ist mittlerweile so gut dass du selbst bei leichten plusgraden die winterräder sofort überfährst wir fahren jetzt hier muss ich kurz gucken kumo kumo winterreifen weil das ist jetzt nicht was heißt nicht das allerbeste es ist halt ein quadro das ding läuft einfach nur kumo finde ich jetzt machen wir jahrelang sind prinzipiell vom preis leistungsverhältnis gute reifen im winterreifen sind wir auch zufrieden mit der ganzen geschichte wie gesagt auto ist noch so schnell und und das fahrwerk ist mittlerweile schon so gut dass die halt relativ schnell überfahren werden gut lange rede gratis sind guck mal hier mal die ganze geschichte rein wir haben natürlich schon mal ein bisschen was gemacht das ist das toolkit wo der ganze spaß von von kw dann halt mit drin ist für die geschichte einmal die technischen dokumente einstell- und einbauanleitung blablabla kennt bestimmt jeder verstellt schlüssel zugstufe auch zu stufe hinterachse das ist glaube ich bei kw bei jedem fahrwerk mit dabei dann haben wir hier die üblichen verdächtigen audi a4 b5 achsaufnahmen das sind jetzt original von vw audi die haben uns auch gesagt kosten mittlerweile immens viel geld ich glaube die zwei stück fast an die 500 euro unsere sind noch nicht durchgerostet die haben das problem dass meistens hier hinten dann sich der dreck gesammelt hat in der karosse können wir uns dann auch nochmal angucken am auto direkt dass dann hier das blech weg rostet und so sind noch ok wir machen es halt jetzt einmal neu damit wir es einfach mal hinter uns haben das kennen halt auch die S4 und S4 B5 Fahrer so und jetzt zur eigentlich geilen geschichte ich freue mich wirklich schon drauf kW V3 Hinterachsdämpfer mit Ausgleichsbehälter wenn es kW nötig hat oder beziehungsweise denkt dass es dran muss ist es ok ich bin jetzt nicht der Typ der ein gutes Fahrwerk daran festmacht dass möglichst viele Behälter dran sind und möglichst viele Schrauben zum verstellen und tralalala ist aber so dann machen wir das so das ist die Hinterachse hier kommt jetzt nochmal die vierte Achse mit der unteren Verstellung für die Druckstufe und oben ist wie ihr es ganz normal kennt wie bei der V2 die Zugstufenverstellung wir haben jetzt hier mit Rücksprache mit KW auch ein bisschen das Federn Setup geändert also das sind jetzt nicht die Federn die eigentlich original für unseren 1.8T sind wir haben wie gesagt etwas straffere Geschichte genommen ändern dann auch nochmal hier im Haus eine Feder aber da gibt es nachher auch nochmal ein kurzes Video dazu und wie gesagt freue mich schon drauf weil unser Audi ist wirklich gut aber ich denke dass wir mit dem Fahrwerk nochmal in Step nach oben gehen können und wirklich auch die Fahrdynamik von unserem Audi nochmal verbessern so jetzt muss ich nochmal kurz gucken wie gesagt hinten sind unsere 18 Zoll Sommerräder die Felgen sind ziemlich leicht habe ich auch sehr lange danach gesucht und geguckt einige werden jetzt einfach sagen ja geht doch zu OZ und diese und jene ja stimmt aber ich wollte einfach mal auch was anderes drauf haben sie sind glaube ich wir wiegen die nachher nochmal im Vergleich zu unseren Winterrädern es kann durchaus sein dass eine UZ Ultra Legera nochmal 500 Gramm leichter sind daran will ich das jetzt aber mal nicht festmachen wir fahren auch hier einen KUMO Reifen 225 4018 ist der PS91 der ist glaube ich vor ein zwei Jahren als Neuentwicklung bei KUMO rausgekommen ist noch kein Semislick wird aber als High Performance Reifen verkauft angeboten wie auch immer und ich muss auch ehrlich sagen also für den Alltag mit ordentlich Grip ist das eigentlich ein schöner Reifen der auch in dem Budget liegt das okay ist wir werden wahrscheinlich auch im Laufe dieses Jahres mal noch einen Felgen Sachsen mit richtigen Semislicks ausrüsten um mal zu gucken wo dann wirklich nochmal der Unterschied zwischen einem High Performance und einem Semireifen ist wobei ich da noch nicht ganz sicher bin welche Marke was wir gehen ich hätte gerne mal den Dunlop Sport 4S ausprobiert Problem ist nur den gibt es in unserer Größe nicht da muss ich wie gesagt dann nochmal schauen wo da die Reise hingeht ist aber egal heute morgen erstmal KW V3 Einbau Achsvermessung wir zeigen euch auch nochmal die Achsen die wir drinnen haben was wir alles geändert haben dann wie gesagt unsere Sommerreifen Richtung Freitag soll diese Woche 20 Grad werden Freu 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 und es wird hier und da auch nochmal ein Fahrvideo geben wo ich dann auch nochmal direkt im Auto so mal grob sage was ich jetzt finde in welche Richtung sich das Fahrwerk jetzt gegenüber der V2 verändert hat beziehungsweise inwieweit wir vielleicht von der Grundeinstellung die uns KW vorgibt nochmal hier und da ein Klick mehr weniger machen und warum ja also ich denke mal für Leute die sich mit einem guten Fahrwerk auseinandersetzen wird das wahrscheinlich ein sehr sehr interessantes Video werden und schauen wir mal legen wir mal los jetzt suchen wir erstmal Christian jetzt blicken wir erstmal rum mein Mechaniker hat sich nämlich verdrückt das Auto kriege ich noch selber hoch aber Räder muss der Christian ausmachen doch Felix D D D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020